hei rio zusammen herzlich willkommen ich bin bei louis und mit mir dabei ist der item for sekret wir sind hier in sky quest und ich mache jetzt endlich eine quest fertig auf die ich schon lange warte nämlich mit der rune of acceleration oder so habe ich jetzt endlich geschafft ein blatt tank mit zu verdienen tier 2 blatt tank ich weiß nicht so genau wie man die am besten anschließt an einen blut alter keine ahnung auf jeden fall ist es so ein zwischenspeicher wenn mein blut irgendwann mal hier voll laufen sollte was aber lange dauern wird auf jeden fall können wir jetzt die nächste stufe des blut altars bauen was aber eine ganze menge arbeit wieder mit sich zieht weil nämlich dieses scheiß ruhen immer so viel zeug brauchen ja viel spaß muss ein blatt wäre blatt rot noch bauen und das ist doch wieder wieder soundkraft also dieses soundkraft hier dann ich will mich auch gar nicht so viel beschweren eigentlich finde ich es mal doof wenn sie irgendwer über alles nur beschwert was er gerade macht dann habe ich auch keinen bock das zu gucken ich gebe mir mühe das mit soundkraft irgendwie so kurz wie möglich zu halten aber wir müssen es machen es gehört zu der questreihe während katze halt wenn ihr was spannendes sehen wollt müsst ihr bei katze gucken der macht jetzt nether so kram kram trifft das ganz gut oder es gibt halt schon dinge die sich jetzt diskriminiert führen könnten es ist halt schon so ein bisschen das kann halt sein so hier ist der blood vent core den muss ich halt bauen blatt rot okay dafür müssen jetzt einfach ein paar von den koschen dingern hier bauen was heißt es wieder pures kraften na toll ich freue mich so würde es funktionieren es funktioniert das gibt es ja gar nicht es funktioniert da waren doch die wiesen der katalys ist den katalys okay fangen wir mal damit an dass wir diese essenzen zusammensammeln die wir jetzt hier brauchen der scheißbär was los dieser chunk loader hat einfach so viel speicher wie er potenziell verbrauchen kann das bedeutet der hat momentan einen gesamtspeicher von 21 trillionen das heißt er wird unser me leer ziehen er würde er würde ja aber das ist der fall das gute ist jetzt geht es runter jetzt geht es hoch jetzt geht es wieder runter erscheint ich mal so das erste haben wir den katalys aber drin lassen jeder feder eine gas die oder dein dein tolles witchwater was du da gemacht hast sorgt auch dafür dass wir jetzt immer genug gas tiers da haben ja ne menge und auch die ganzen saplings von den neta sachen damit massenweise wirklich ohne schalte ich nicht schlecht echt ohne witz massenweise fix ist ausgetauscht so aber nächstes das äther was wollen wir noch haben magic karl ist das ist denn magic karl ist magic karl ist da brauche ich redstone gunpowder und zwar ausdauern was du gerade mal den gefallen warum ist denn das auf frequenz 0 gepolt ist ja doof da habe ich nicht vergessen was ich noch brauche laust da ist schön wenn man so viel zeug hat dass man sich nicht so die sorgen machen muss wo man mit anfängt wo man mit aufhört nicht so wie am anfang wo wir aber stundenlang immer nur versucht mussten irgendwas hinzukriegen überhaupt was zu schaffen damit karl ist gefährlich mit dem kleinen spiel weiter in sendium was ist insendium ein guter frage mit der nächsten die blaze powder lava netherrack ich glaube kein da war einmal im mme oder lava netherrack haben wir aber ich bin hier derjenige aufnimmt das mal einzigen der hier rum schreien darf was sie gemacht nicht nass und schmeißen in der flasche nach dir das wäre ganz schön gemein aber auch blaze powder haben wir fast gar nix jetzt sag mal was denn das von sekunde zu sekunde höher katz haben wir irgendwo eine lava produktion ja haben wir was fragt eigentlich eine gigantische produktion ruhe dem auf das wieso kleiner bruder die ganze zeit rein quatscht habe ich ehrlich gesagt nicht so viele rum also jetzt aber genug langsam hier mit rumschreien gerne du hast es auch voll kann richtig aber ich kann aber aus dem scheiß dingern raus hier weil die randvoll sind rand leer sind okay ja 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 beruhigen sie aber ich glaube ich bin sofort wieder zu hause und dann bringe ich dir lava bei bestimmt nicht bestimmt nicht sicher ich bin hier nicht ne drum oder irgendwas wo man was abzwacken kann ja ich bringe sie dir gleich ich bin gerade dabei die unendliche lava für uns ready zu machen man aber du bist ja schon wieder so böse zu keine zeit das war dann mal mein weg dann gehen wir woanders lang da explodiert schon wieder alles ich war es nicht leute auf dich zu beschweren was denn kommen wir lieber her dass ich streicheln mir auch nicht so rum da mehr da mehr wie gesagt weil meine liebe katze wenn ich bin ich bin ich habe ich habe gerade ein special ding umgeballert kein bock hat hier zu bleiben so was war als nächstes aquasaulus ne ich habe mir davon early stings genommen von early stings und sagt er kommt es da und aber es war noch genug da also keine sorge oder zum geld wasser 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 und ding online ich werde wir haben keine wir haben doch noch ich hab ein guest head gedroppt du ich hab ein guest head gedroppt das ist so was gibt gibt es ein wisp pad dass wir testen hallo wie kriegt denn bottles mit so blöd hinweg zu hause nach hause warum machst du denn noch diese scheiße nicht runter von deinem schwert was welche scheiße runter weißt schon welche scheiße runter du meinst das mit dem kopfen ja warum also mich wird das nerven nein das ist doch super ja wofür im köpfe zu kriegen ja aber wofür könnte meine frage gerne noch mal wiederholen köpfe haben will katja habe ich jetzt gerade einen silberfischkopf gedroppt ich glaube da liegt ein silberfischkopf nein es gibt keine silberfischkopf ich finde nicht zum portal zurück ich habe ein waypoint aber ich finde den weg dahin nicht ja ich kenne das du hättest dir diesen schad mitnehmen sollen die sind was und zurück zu teleportieren wir haben doch extra die schads ja aber die sind doch sofort verbraucht danach ja aber ne kann relativ easy neu machen eigentlich so was wieder noch für das ritual das ist ja ich meine ich finde ja zurück ich finde nur also ich habe es ja markiert wo das portal ist aber ich finde halt in dem sinne nicht den weg ohne mich buddeln zu müssen weil ich ja 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 glow glow gold nugget und glas vielleicht hätte man von jedem gleich mehrere bauen sollen ich weiß leute aber gerade kein bock aber wieder kein glas auch nein wieso haben wir denn nie classic glas im me warum classic glas warum brauchen wir das denn weil du für diese diese ganzen soundcraft und und glattmatch rezept richtiges normales glas brauchst ja ja dann brenn dir doch mal ein bisschen glas durch ja mache ich jedes mal jede aufnahme ja hat nicht gut und jedes mal ist trotzdem leer ja ja für solar panels ich hasse dich nimm doch dein scheiß tierglas ja nehme ich ja auch aber dann ist es alle und dann nehme ich dein glas weil ich mehr solar panels will du sein arsch glaube ich bin eine katze aber eine böse katze bist du wenn du das behauptest wieso haben wir denn so viel gold nach jetzt ach ja stimmt ja weil das ja machst du rennen warum laber tut doch weh rennen der karte jetzt müssen wir vor allem doch noch ein paar katalysen ich will nicht sterben zwei herzen redstone sugar dann paula und laust und das immer jetzt einfach hier sonst decke hat stone sogar aus der hauen hat meine meine tastatur ja manchmal das scheiße eine neue gekauft mechanische aber extra mit schon so leise wie möglich switchen aber irgendwie trotzdem kacke ja miau da nicht rum komm hierher und lass dich steigeln dumme katze also nicht du ich lass mich halt ungern beleidigen gell ja ich hab doch gesagt nicht du immer fühlst dich gleich angesprochen was macht unser blutnetzwerk es fühlt sich es fühlt sich es fühlt sich guck mal leute wie geil das hook geht das kommt wegschmeißen ja es ist eine gute idee das wegzuschmeißen was ich brauchen könnte so genug kein bock mehr weiter zu machen jetzt wollen wir nur noch eins und zwar ist das anebrae anebrae scheiße das kommt gar nicht von hier ich bin so dumm elli elli du bist morgen ich mein sie kommt zum abschneider ne ich bin katze zum abschneiden was los was los ich hab was für dich was denn ich bin hier oben wo ich bring dich da nach unten weißt du hier über deinen über deinen über deinen gedöns ja was das dahin das da kommt dahin das da kommt dahin oh mein der kommt von dem film ist einfach der halbe fisch so übrigens die lava produktion von der du vorhin geredet hast hier hinten steht lava momentan wird leicht mehr und sachen updaten mach das so ich brauche jetzt glaube ich brauche ich denn jetzt noch für die ich hatte card scrap noch nicht wieder eingesetzt schade ich brauche jetzt halt nur noch ne tenebrae und ich weiß nicht mehr wie das geht ne was tenebrae aber das ist irgendwas aus soundcraft weil das kann immer mal tene tenebrae ja ne tut mir so leid dass ihr das ertragen müsst es ist auch nicht hier raus wo kommt diese kacke schon wieder her welche tenebrae du findest hier keinen mann da kannst du noch so viel rumschreien wie willst du bist kein mann ein idiot das ist die kernaussage von dem was du gerade gesagt hast denk ich na klar hallo katze was ist tenebrae ich verstehe es nicht äh tenebrae da used in alchemie ach jetzt jetzt zeig das an weißt du jetzt leck mich doch ist doch ein alchemie-rezept gewundert arsch kohle kohle obsidian und clay ich dreh so durch wegen der katze oder was ja weil das ist schon wieder rollig sie wird einmal die woche rollig das ist nicht normal das ist so eine dauerrolligkeit die kann bei katzen vorkommen äh und du hörst wie schlimm das ist stell dir vor du hast das den ganzen Tag bist du jetzt ruhig giri hau ihm mal eine oh bitte nicht schon wieder wir haben es doch erst vor einer woche ich meine die arme katze die leitet natürlich auch mega drunter aber gut schau ihm ist es halt gefährlich für die katze gell ja irgendwann irgendwann ist es halt ja aber wie gesagt mittwoch hat sie Operationstermin mittwoch ist vorbei mit dem rumgebrülle ruhe wenn ich aufnehme hat man die klappe zu halten oder raus zu gehen du kannst im Flur rumschreien warum hältst du eigentlich nicht deinen Mund wenn du aufnimmst mal Louis danke eins zwei drei vier fünf sechs sieben und zwei Slates acht neun Teile brauche ich dafür für die Beschwörung jetzt schaue ich doch nicht ich brauche ich aber ich will nicht mehr haben wenn ich den Namen haben fünf sechs sieben acht neun Elli Elli noch sind wir Freunde noch noch aber nicht mehr lange gleich wird gebissen äh du hast doch mal gesagt du hast jetzt im System so wenig äh hier äh Klaas von Vanilla ich weiß jetzt wieder warum warum weil ich gerade schon wieder welches verbraucht habe kasse dich glaube ich baue gerade vor allem das Falsche oder ist das das was ich brauche das weiß ich nicht Blood Blood Rod ach nein überziehen nur die Folge heute mal ein bisschen absichtlich ist das jetzt die Blood Rod dass die doch anders hergestellt wird als ich gerade denke hier war die Krise die ist doch hier in dem Baum oder ja das wollte ich zwar jetzt nicht erforschen aber ist egal das hier ist eine Inert Blood Rod das ist doch nicht das richtige das weiß ich nicht ich hab's nicht gebaut ja doch ja es steht halt nicht richtig dran das ist ja das mein Problem gerade Blood Rod so Menschen wir haben einen 64er Lava Generator der müsste jetzt auch einigermaßen Power zwei zwiebeln das muss das sein geht nicht er hat auch ein hohes Lava Level dann immer cool 16 Aqua 12 Percantio und Victus 32 das Victus könnte ein Problem sein das haben wir glaube ich nicht ich denke das haben wir nicht wir schauen mal schnell ist das nicht das Männchen aus den Stripes vom Symbol her boah könntest du nicht überall deine behinderten Schafsköpfe hinsetzen das geht leider nicht hä was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen dass ich das schon letzte Folge gemacht habe du bist alt kasse dich du brauchst immer so lange bei Louis ja ich war nicht im Turm weißt du ja siehst du und jetzt mich anmotzen ja ich hab gar nichts böses im Sinn gehabt und jetzt motzt du mich an nein nein ich will dass jetzt diese Folge noch machen der Zauberstab wird diese Folge noch fertig gemacht egal was ist so wie viel haben wir denn hier drin hier ist Victus nur 8 Stück das ist mal wenig machen wir von Percantio noch 7 vielleicht haben wir noch was am Dach doch haben wir noch was am Dach so was hier noch so rum steht nein ist auch leer shit alles leer boah ist das nervig aber auch das haben wir bald automatisiert wenn Katze mir das ME hier endlich rein stellt das war knapp das war ein männlicher Schrei vor allem dringend das war ein richtiger Michael Jackson das war wirklich sehr männlich das stimmt das war ein richtiger Michael Jackson hier ist Maschine wo ist Maschine 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 ist hier haben wir hier noch eins mit Herr Ruzio das ist die Rotation wo ist die Rotation unterzubringen keine Ahnung hab ich da überhaupt ne Ecke für dann kommt die jetzt halt hier ein Wege an so Leute jetzt haben wir Power drin es ist aber immer noch zu viel wir verlieren immer noch Energie an Nacht aber wir können hier theoretisch noch einen zweiten anschließen dann verlieren wir keine Energie mehr Aqua brauchen wir 16 das haben wir wir brauchen noch einen zweiten den kriegen wir hin jetzt brauchen wir noch das Percantio wo war das denn nochmal drin immer muss ich alles nachgucken weil ich mir das nicht merken kann ja aber Leute du bist halt echt schlimm dran ja das ist nur im Alter weißt du ja komm mal in mein Alter ja komm mal in mein Alter vor allem sagt er mir sagt er das gerade zu demjenigen der neulich nicht mehr wusste wie alt er ist das ist aber dann eigentlich doof als du will das so sagen zu müssen ja wer wer erinnert sich denn an sein Alter man das ist das wird ab einem gewissen Lebensjahr doch völlig irrelevant ja das ist schon scheiße wenn man oh jetzt hätte ich fast gesagt wie alt Katze bestimmt hättest du das fast gesagt richtig genau da hätten die Leute hätten sie aber das war aber knapp hör mal nein aber richtig 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 knapp also bei Louis für die Lache brauchst du jetzt einen Waffenschein was war denn das für eine dreckige Lache da gibt es ja das ist ja eine richtige dreckige Did-N-Lache hier tut mir leid es ist schon in Ordnung du musst damit leben ja so jetzt fehlt noch eine Essenz wie viel Zeit haben wir denn noch ach scheiße eigentlich sind wir voll voll drüber ich bin gut dabei ich muss sowieso das noch fertig machen Viktus Viktus wo kommt Viktor her warte erobern aus Eiern aus Gemüse jeder Sorte von Art von Gemüse Fleisch Fisch ja guck mal was wir sollen eben eh haben boah bringt diese Katze um oh ruft er endlich zum Wort an seiner Katze auf läuft ja das war meine andere Katze hier mit den blöden Flaschen das ist so nervig ich halte das nicht mehr aus erlöst mich doch endlich einer wie kann man nur den ganzen Tag schreien das ist es gibt so den ein oder anderen YouTuber den ich das jetzt auch fragen würde Katze ich halte das nicht mehr aus es gibt nur noch Leute morgen in der Zeitung stehen Katze von Baluigi geschlagen dann tun wir das leid dann war ich das glaube ich Katze dominiert durch Biss so was haben wir hier noch hier sind Edelsteine den habe ich auch noch nie gebraucht Leiche kommt bestimmt irgendwann noch so da okay jetzt haben wir Pricanteo haben wir genug wir schaffen das diese Folge noch unbedingt oh wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht zu haben da ist da ist nämlich noch drin gewesen so jetzt haben wir aber Power oder oder immer noch nicht es reicht halt immer noch nicht in der Nacht das gibt es halt echt nicht was haben wir denn für ein mega Stromverbrauch hast du da irgendwo eine Schleife drin oder so ne ich hab halt das ist ja wir haben ein paar Sachen drin aber hier vorne das ist jetzt halt mittlerweile diese ganzen Siebe und Resonant Dinger mit Upgrades und so die ziehen halt echt extreme Power und so weiter und so fort ich hätte es irgendwo noch eingebohrt dann laber doch kein Scheiß es gibt einfach es gibt einfach ein auch Baloui Baloui was hab ich jetzt schon wieder gemacht Baloui was hast du entdeckt erzähl ne das hab ich schon früher entdeckt aber das ist einfach toll das muss ich dir jetzt zeigen mach das das muss ich dir zeigen so du darfst doch dann wenn du möchtest jetzt meinem Ritual noch beiwohnen du bist da gerade oben auf dem Dach oder was jaja Baloui ich muss mal was holen aber dann hier es ist die Kombination aus dem was ich bin und was ich will eine Fischkatze in deinem Inventar ist es drin ist ein Catfish ist ein Catfish awesome ist einfach Catfish geil so meine lieben Freunde jetzt fehlt nur noch ähm 2 3 4 5 6 7 8 jetzt fehlt nur noch 8 1 Baloui 1923 so pass auf ich weiß nicht ob das wichtig ist wo ich was hinstelle denke aber mal nicht weil das eigentlich alles unterschiedliche Inkredenzien sind ich hoffe auch dass dieses Ritual mehr als nur stabil läuft weil ich hab ein bisschen Sorgen dass das total in die Hose geht dann war das viel Arbeit für nix fehlt nur noch der Master Blood Orb und dann geht's rund so den klauen wir jetzt uns aus unserer Mob Farm haben wir zwar jetzt erstmal keinen Blutnachschub mehr aber das sollte auch erstmal ich denke mal wir schalten diese Suppe hier auch wieder aus so Freunde der guten und seichten Unterhaltung geht mal da weg okay geht weg Leute schaltet ab tschüss so hast du eigentlich schon an der anderen Seite die Schafsköpfe gesehen? naja hab ich natürlich oh da war der Laser Drill den hab ich nicht gesehen der ist nicht angezeigt so pass auf Katze jetzt geht's rum Katze brennt löscht Katze hast du keine Watering Can oder sowas? schlag dich heile nein du sollst mich löschen ja mach mal doch man schlägt doch jemanden aus oder nicht? na klar jetzt glaubst du auch warum Feuerwehrmänner als Boxer unterwegs sind ja so okay bist du bereit? ja ich stehe die ganze Zeit an deinem Portal an deinem Ritual und erwarte dass hier irgendwas tolles passiert und ist halt echt nur scheiße am Laufen wieder hier bin halt wieder mal echt enttäuscht mal aufpassen dass nichts runterfällt aber das ist ein sehr instabiles ähm ich glaube nicht dass da was runterfällt bei Louis wir haben ja unten genug Stabilizer drunter eigentlich schon da sollte ja eigentlich da hab ich die ganze Folge drauf hingearbeitet wow so stolz auf mich ja nice und weh es fällt was runter dann gibt's hier dann hackt's aber Ruhe ich krieg die Krise da ist was runtergefallen nein 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 hab auch nicht hingeguckt ich wollte dich nur miau 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 könntest wenigstens zärtlich miauen und nicht so schreien eine abgestochene Katze ja sie ist ja eine abgestochene Katze ja ist sie auch bald komm nicht mehr 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 jetzt fertig ja jetzt fertig toll das hast du jetzt für ein x gemacht läuft bei dir das ist nicht das richtige werd ich mit dir mal gucken ob die Quest fertig ist das sieht nämlich nicht danach aus wie das im Quest buch nö sieht's auch nicht denke ich weine dann weinst du bitte laut und leise aufladen ach nee muss man noch aufladen ah shit scheiße ich kriege die Folge immer noch nicht zu Ende man ja das ist doch gut ja nö dann muss die Folge halt noch so lange gehen bis das Ding voll ist woher soll man denn sowas auch wissen wenn man ein Skill hat weiß man sowas wollen wir noch schnell hier die Dinger wieder an ist halt heute mal eine lange Folge ich hoffe ihr könnt damit leben Leute da kommt her ihr Lululatsche man wandelt das Ding gefälligst man hört einfach nur im Hintergrund wieder dass er irgendwo dagegen gestoßen ist wie so ein Knie so jetzt haben wir noch den dritten hier hinzugefügt Moment machen wir eine Pipe oh ist fertig nice ja nice würde ich sagen Leute Speed Upgrade können wir wieder brauchen das Agie mit Blut aufladen das bedeutet ich muss nicht immer Mobs töten dafür was jetzt auch kein Problem mehr war aber es ist geschafft jetzt können wir die Quest abgeben wow ich bin so stolz auf uns das Schlimme ist ich muss davon noch einen bauen ach ahnst es nicht für einen dieser Scheiß ist und das eröffnet in beiden Richtungen eine neue Quest ja gut aber ihr Lieben das soll es für heute gewesen sein wir hoffen heute hat die Folge gefallen was jetzt wartest du bitte eine Sekunde da habe ich wieder nicht ja okay jetzt wartest du erst mal eine Sekunde ja ich brauche noch ein Kryo Stabilized Kabel wir haben noch eine gute Reward Bag da kommen wir mal rein ja wow da ist Zeug drin für ach für 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 Crops gedöns toll wenn wir nicht wissen ob wir jetzt unsere Probleme gelöst haben jetzt gucken wir uns das mal an wo hast du denn jetzt hier dein Lava hergeholt Lava Bedrockium alter die läuft ja immer richtig voll was hast du denn da gebaut ja das ist doch das was ich die ganze Zeit die Folge jetzt gemacht habe alter Schwede so sie läuft immer noch weiter voll das Ding ist ebenfalls auch voll jetzt muss hier aber langsam mal wir haben Energie wir haben mehr Energie jetzt wir verbrauchen Balui aber auch nicht viel ich bin so glücklich aber auch nicht viel doch nein doch das zählt aber ich jetzt bei Tag Solarlicht ja aber das ist ja sag mal was passiert denn wenn der Lavasee leer läuft im Nether dann haben wir das Projekt schon längst beendet und wenn nicht dann setze ich einfach ist es echt so dass es so lange hält nein aber Notfall setze ich halt um weißt du da unten gibt es ja mehr als einen AC der abgeschnitten ist weißt du okay so dann beende ich aber jetzt die Folge das war's wir hoffen euch hat es euch gefallen war jetzt mal eine Folge mit Überlänge 28 Minuten ach was soll's ach Überlänge kommt später wieder morgen wieder da gibt es die nächste Folge in dem Sinne Horrorreden macht's ein gutes Morgen und guckt bei Katz vorbei nicht vergessen tschüss Katfish prr 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 pr Vielen Dank.